Schmutzwäsche fällt auch beim Camping oder im Urlaub an und nicht immer ist eine Waschmaschine vorhanden. Mit der Handwäsche wird oft nicht alles sauber, das Schrubben am Waschbrett ist eine anstrengende und ungeliebte Arbeit. Abhilfe leisten können Mini-Waschmaschinen, die für den gelegentlichen Gebrauch konzipiert sind. Eine Mini-Waschmaschine lässt sich im Ferienhaus oder im Wohnmobil und sogar im Zelt nutzen. Wer besonders flexibel sein möchte, kann auf eine faltbare Mini-Waschmaschine zurückgreifen, die sich bei längeren Touren im Rucksack verstauen lässt. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Steinbock Top-Loader Mini-Waschmaschine. Die Top-Loader Mini-Waschmaschine von Steinbock hat ein Fassungsvolumen von 3 kg. Es handelt sich um ein Modell ohne Wasseranschluss und Heizfunktion, das vor allem als Reisewaschmaschine geeignet ist. Das Gerät hat eine integrierte Schleuderfunktion. Laut Hersteller ist die Maschine einfach zu bedienen und verbraucht wenig Wasser und Strom. Das Gehäuse aus Kunststoff soll stabil und bruchsicher sein. Kompakt und leicht. Die Mini-Waschmaschine von Steinbock ist 36 cm lang, 36 cm breit und 52 cm hoch. Sie wiegt etwa 5 kg. Das Gerät soll sehr handlich und leicht tragbar sowie platzsparend unterzubringen sein. Das blau-weiße Gerät wäscht mit einer Wattzahl von 150. Das Schleudern erfolgt mit einer Leistung von 400 Watt. Dem Hersteller zufolge ist es möglich, fast alle Textilien mit der Mini-Waschmaschine zu reinigen. Die Steinbock Mini-Waschmaschine ist ein Toplader. Das Einfüllen der Wäsche in die Maschine erfolgt durch eine obere Öffnung und nicht durch eine vorderseitige Tür. Das mitgelieferte Netzkabel hat eine Länge von 154 cm. Für sicheres Waschen soll ein Schutz vor Überhitzung und Kurzschluss sorgen. Im Lieferumfang befinden sich neben dem Gerät ein Ab- und Zulaufschlauch sowie ein Netzstecker. Was ist eine Schleuderfunktion? Heutzutage gibt es nur noch wenige Waschmaschinen, die nicht mit einer Schleuderfunktion ausgestattet sind. Bei einer Mini-Waschmaschine ohne Schleuderfunktion ist es erforderlich, die Wäsche per Hand oder in einer separaten Wäscheschleuder zu schleudern. Mit einer Schleuderfunktion entfällt diese Arbeit. Die Maschine dreht die Wäsche in schnellem Tempo, um die Feuchtigkeit herauszuschleudern. Das zweite Produkt in unserer Liste ist D-Plus L-GmbH Apex 5.2 Mini-Waschmaschine. Die D-Plus L-GmbH Apex 5.2 Mini-Waschmaschine ist nach Angaben des Herstellers ideal für kleine Wohnungen, Single-Haushalte, Studenten oder Camper. Sie bietet eine Füllkapazität von 5,2 kg bei einer maximalen Schleuderkapazität von 3,2 kg. Die Nennleistung beim Waschen beträgt 280 Watt, beim Schleudern 120 Watt bei 1320 Umdrehungen pro Minute. Die Mini-Waschmaschine wird nach Angaben des Herstellers zusammen mit einer Ablaufpumpe, einem Zulaufschlauch, einem Ablaufschlauch und einem Netzstecker für eine 230 Volt Steckdose geliefert. Welche Spannung haben Steckdosen in Deutschland? Bis zum Jahr 1987 betrug die Netzspannung in Deutschland 220 Volt, anschließend wurde sie bis zum Jahr 2099 schrittweise auf 230 Volt angehoben. Heute benötigen elektrische Geräte daher einen 230 Volt Anschluss, der um plus minus 10 Prozent abweichen darf. Durch die Toleranz ist eine Benutzung sehr alter Geräte mit 220 Volt problemlos möglich. Die Mini-Waschmaschine von D Plus L GmbH besteht laut Hersteller aus hochwertigem Kunststoff, ist stabil und bruchfest und kann bis zu einer Temperatur von 50 Grad Celsius verwendet werden. Sie soll sich für fast alle Textilien wie Shirts, Hosen, Hemden und Co. eignen. Die Mini-Waschmaschine kommt auf Abmessungen von 39 x 64 x 73 cm Länge breite Höhe und bringt ein Eigengewicht von knapp 12 Kilogramm auf die Waage. Eine Auswahl des passenden Waschprogramms ist laut Hersteller über die Dreh- und Schaltknöpfe am Gehäuse möglich. Für einfache Trennung von Wäsche ist die Waschmaschine mit zwei Kammern ausgestattet. Was ist ein Zwei-Kammer-System? Bei Mini-Waschmaschinen mit Zwei-Kammer-System sind im Gegensatz zum Ein-Kammer-System die Schleudertrommel und die Waschkammer getrennt. Der nächste Produkt ist Adler ad 8051 Reisewaschmaschine. Die Mini-Waschmaschine von Adler ist laut Hersteller ein sehr guter Reisebegleiter, da sie mit ihren geringen Abmessungen leicht in den Autokofferraum passt oder sich in einem Wohnmobil oder Wohnwagen aufstellen lässt. Das Gerät soll eine einfache Bedienung ermöglichen und sich auch für die Reinigung empfindlicher Stoffe eignen. Die Waschdauer bei dem Waschprogramm beträgt lediglich 15 Minuten. Laut Herstellerangaben sind Strom- und Wasserverbrauch gering. Die Leistung der Mini-Waschmaschine beträgt 150 Watt, die maximale Waschleistung 400 Watt. Dabei kann das Modell pro Waschgang bis zu einem Kilogramm trockene und bis zu drei Kilogramm nasse Wäsche fassen. Der kleine Top-Lader benötigt keinen Wasseranschluss. Er wird manuell von oben mit Wasser befüllt. Der Waschautomat hat eine Start-Stop-Automatik und einen Ablaufschlauch, über den das Wasser aus der Maschine abgelassen wird. Nachfolgendes Video zeigt die generellen Funktionen der Adlerreisewaschmaschinen anhand der Messing 8053. Bitte akzeptieren Sie Marketing-Cookies, um das YouTube-Video zu laden. Marketing-Cookies akzeptieren. Der nächste Produkt ist Viltek 62047 Mini-Waschmaschine. Die Trommel der Mini-Waschmaschine von Viltek fasst bis zu 3,5 Kilogramm trockene bzw. bis zu 5,2 Kilogramm nasse Wäsche. Pro Waschzyklus verbraucht das Gerät etwa 15 bis 45 Liter Wasser. Die Viltek 62047 Mini-Waschmaschine ist mit mehreren Programmen versehen, dazu gehört neben Normalwäsche und Schleudern auch ein Programm für Feinwäsche. Es lassen sich also auch empfindliche Textilien wie Wolle oder Seide in der Maschine waschen. Was Feinwäsche ist und warum eine sanfte Reinigung so wichtig ist, wird hier erklärt. Außerdem verfügt das Gerät über einen Waschtimer und einen Schleudertimer. Mit Hilfe des Waschtimers ist es möglich, eine Zeitspanne von bis zu 15 Minuten einzustellen. Der Schleudertimer erlaubt die Einstellung einer Zeitspanne von maximal 5 Minuten. Mit zwei Wasseranschlüssen, die Mini-Waschmaschine von Viltek verfügt über zwei Wasseranschlüsse. Dazu gehören ein Waschwassereinlass und ein Schleuderwassereinlass. Außerdem hat das Gerät einen fest verbauten Abwasserschlauch. Die Maschine soll leise laufen und ist mit einem 1,7 Meter langen Kabel ausgerüstet. Das Gewicht der Maschine beträgt 13,5 Kilogramm. Weitere Ausstattungsmerkmale sind Pumpe. Fusselfilter. Griffe. Die Griffe befinden sich an der Seite. Sie sollen das Umsetzen des Geräts erleichtern. Der nächste Produkt in unserer Liste ist EasyMax Mini-Waschmaschine. Die EasyMax Mini-Waschmaschine lässt sich dem Hersteller zufolge leicht verstauen und leicht transportieren und mit einem Schlauch einfach befüllen und entleeren. Damit soll sie sehr gut für den Einsatz beim Camping geeignet sein, aber auch in einem Single- oder Studentenhaushalt zum Einsatz kommen können. Die Leistung der Mini-Waschmaschine liegt bei 260 Watt und sie fasst 10 Liter Wasser. Das Wasser wird direkt aus dem Wasserhahn eingefüllt und der Waschgang erfolgt mit herkömmlichen Waschpulver. Die Mini-Waschmaschine von EasyMax ist geeignet für bis zu 3 Kilogramm Wäsche und kann 1,5 Kilogramm Wäsche schleudern. Die Bedienung ist dem Hersteller zufolge einfach und erfolgt über ein Einstellrad, das auf Waschen oder Schleudern gestellt wird. Über den Timer lässt sich die gewünschte Zeit von maximal 15 Minuten einstellen. Die Mini-Waschmaschine hat die Maße 33,5 x 34 x 53 cm und ein Gewicht von 6 Kilogramm. Sie besteht aus Kunststoff und Kupfer. Was ist ein Überlaufschutz? Diese Funktion ist in den meisten Mini-Waschmaschinen vorhanden, um ein Überfüllen des Geräts zu verhindern. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Costway 250 Watt 310 Watt Mini-Waschmaschine. Das Fassungsvermögen der Mini-Waschmaschine 250 Watt bis 310 Watt von Costway beträgt 4,5 Kilogramm. Das Modell ist für Singlehaushalte und Campingurlaube geeignet. Die Mini-Waschmaschine von Costway hat einen seitlichen Ablaufschlauch, über den das Gerät nach dem Waschgang das Wasser automatisch abpumpt. Es ist lediglich erforderlich, einen Eimer oder einen anderen Behälter unter den Schlauch zu stellen. Nach dem Waschen schleudert das Gerät mit der integrierten Schleuderfunktion das Wasser aus der Wäsche. Strom- und Wassersparende Maschine, das Gerät wäscht, spült und pumpt das Wasser vollautomatisch ab, laut Hersteller arbeitet sie dabei sowohl energie- als auch wassersparend. Eine Energieklasse gibt Costway indes nicht an. Die Maschine aus unserem Vergleich hat 10 Waschprogramme. Laut Hersteller ist die Maschine für fast alle Textilien wie Hosen, Hemden oder Shirts geeignet. Ein LED-Licht soll das Ablesen der Angaben auf dem Display erleichtern. Um Energie zu sparen und die Umwelt zu schonen, ist beim Einfüllen des Wassers die Einteilung des Wasserstands entsprechend der Wäschemenge möglich. Erste bis zweite Stufe, niedriger Wasserstand. Dritte bis fünfte Stufe, mittlerer Wasserstand. Sechste bis achte Stufe, hoher Wasserstand. Die in Grau gehaltene Mini-Waschmaschine ist 50 cm lang, 50 cm hoch und 85 cm breit. Sie wiegt 27,5 Kilogramm. Im Lieferumfang befinden sich ein Zulaufschlauch, ein Ablaufschlauch und eine Bedienungsanleitung. Die Wattleistung des Geräts beträgt beim Waschen 310 Watt und während des Schleuderns 250 Watt. Was besagt die Energieeffizienzklasse? Anhand der Energieeffizienzklasse ist ersichtlich, wie günstig die Mini-Waschmaschine im Verbrauch ist. Die Energieklasse A Triple Plus ist die beste Einstufung. Sie weist die sparsamsten Waschmaschinen aus. Nicht bei allen Geräten ist die Energieeffizienz in der Beschreibung angegeben. Es lohnt sich, den Verbrauch beim Hersteller zu erfragen. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Tectake 4,5 Kilogramm Mini-Waschmaschine. Die Mini-Waschmaschine von Tectake hat ein Trommelvolumen von 4,5 Kilogramm und kann beim Schleudern 3,5 Kilogramm Wäsche aufnehmen. Es handelt sich um ein Modell ohne Wasseranschluss, das vor dem Wäschewaschen mit warmem Wasser befüllt werden muss. Die Maschine ist laut Hersteller ideal für Single-Haushalte, Studentenhaushalte oder den Campingurlaub geeignet und soll leicht zu transportieren sein. Aufgrund des selbstständigen Erwärmens und Einfüllens des Wassers lassen sich Kosten sparen. Zwei Waschprogramme und zwei Timer-Funktionen. Die Mini-Waschmaschine von Tectake bietet zwei Waschprogramme sowie eine Timer-Funktion für das Waschen bis zu 15 Minuten und für das Schleudern bis zu 5 Minuten. Die Maße der Mini-Waschmaschine aus unserem Vergleich betragen 65 x 40 x 75 cm, Länge x Breite x Höhe, das Gewicht liegt bei 16,1 Kilogramm. Das Befüllen der Wäsche erfolgt von oben in die Waschtrommel. Im Lieferumfang der Mini-Waschmaschine befinden sich die Anschlussschläuche, ein Schmutzsieb für die Waschtrommel und eine Bedienungsanleitung. Das Gerät ist in den Farben blau und weiß gehalten. Weitere Produktmerkmale im Überblick. Waschleistung, 200 Watt. Schleuderleistung, 120 Watt. Länge zu Wasserschlauch, ca. 117 cm. Länge ab Wasserschlauch, ca. 51 cm. Kabellänge, ca. 140 cm. Was ist unter Toplader und Frontlader zu verstehen? Beim Toplader füllt der Anwender die Wäsche von oben in die Mini-Waschmaschine. Eine Waschmaschine, bei der das Befüllen von vorne erfolgt, nennt sich Frontlader. Die meisten Mini-Waschmaschinen sind Toplader. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.